Gibt es da drinnen Überlebende? Bisher nicht. Verdammt! Suchen Sie weiter! Bridgefield! Le Monde! Sind Sie am Leben? Hey! Würden Sie bitte nicht die ganze Station alarmieren? Wenn Schüsse Ihre Aufmerksamkeit nicht regen, gelingt mir das auch nicht. Das ist gut. Das ist gut. Na, geht es. Oh nein, die Waffe. Noch nicht. Ich habe eine Waffe mit Sprengmulation. Also was passiert? Boah! Das ist ja cool. Wir müssen jetzt ganz in der Nähe sein. Ja, da vorne ist eine Tette. Die führt direkt zum Büro des Excecutors. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ja nichts. Ja, cool! Ich muss mal ein paar Updates zusammen sammeln. Kann man immer gebrauchen. Ach komm! Ne, 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 ich war jetzt hier ausgefahren. Klasse. Ups. Bailey, den Exlecheter und zwei salarianische Leifwächter hat's wohl erwischt. Verdammt. Also gut, suchen Sie weiter. Wenn Sie die Leiche der Ratsherde nicht finden, schreiben Sie sie nicht gleich ab. Ich habe sie gefunden, anscheinend unverletzt. Legen Sie sie in Sicherheit. Oh, shit. Und das? Denken Sie nicht mal dran. Scheppert, er wird uns alle töten. Das bleibt abzuwarten. Odina plant einen Putsch. Die anderen Ratsmitglieder laufen direkt in eine Falle. Drei gegen ein. Es ist vorbei. Nein. Jetzt macht's erst richtig Spaß. Spinner. Dafür werden Sie bezahlt. Was zum Teufel geht da oben vor? Ein Attentäter. Er entkommt. Er ist vermutlich hinter dem Rest des Ratsherrn. Machen Sie publik, dass Odina die Macht an sich reißen will. Ich muss zu den Ratsherrn. Sie werden zu einem Shuttleplatz auf dem Präsidium gebracht. Fahren Sie. Ich werde versuchen, Sie zu erreichen. Fahren? Ich habe viel genug. Oh, Mann. Ich habe die Position des Rats. Ich sende Sie an Ihrem Wagen. Sehr gut, Bailey. Wir sind fast da. Oh, Mann. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Ich gebe es her. Ich mache das mit mir nicht. Sie haben sie hinter sich verriegelt. Schweinehunde. Das kriege ich mal schon. Was ist das? Was ist das? Komm, auf, los. Was ist das? Scheiße, was ist das? Ich bin anscheinend auf Gata. In einem Fahrstuhl. Sie versuchen vom Shuttle durchzukommen. Jemand folgt Ihnen. Jemand mit einem Schwert? Ich bin anscheinend. Ich bin anscheinend. Ich habe eine Mitfahrgelegenheit für Sie, Shepard. Ich bin anscheinend. Schalt rein. Mir ist egal. Da kriege ich nichts. Ich bin so ein Spieler. Okay, ich bin im Schaft. Verschalten. Das wird eine schnelle Fahrt. Sagen Sie mir, dass der Atempfleger den Atem nicht erreicht hat. Er versucht es, aber ich lasse seinen Fahrstuhl auf jedem Stockwerk anhalten. Schön. Ich habe unseren Freund gefunden. Schalten Sie seinen Fahrstuhl ab. Die Stromversorgung ist darunter. Jawoll. Danke, ja. Jetzt fehlt's auch was. Achtung, Phantomen. Das war wohl Ihre Haltestelle. Nix. Schrift und Nachrichten. Gibt's denn noch andere? Der Killer ist auf einen anderen Fahrstuhl gesprungen und hat meine Steuerung deaktiviert. Er ist auf dem Weg nach oben, ich kann ihn nicht aufhalten. Ich kümmere mich darum. Da kommen Sie! Und den Deck. Ich sehe Sie! Spring! Das war eine Person. Schützen! Runter! Los! Das ist Armut. Ich bin nicht mehr. Ganz ruhig. Ja. Schäppert, was geht hier vor? Schäppert blockiert uns. Sie gehört zu Cerberus. Ganz ruhig. Ich mach das. Alle beruhigen sich. Sie will ich nicht, Kaidan, sondern den Mann hinter ihm. Wovon reden Sie da? Stecken Sie die Waffe weg. Würde ich das tun, wenn ich nicht völlig sicher wäre, Kaidan? Udina steckt dahinter. Der salarianische Ratsherr hat's bestätigt. Meine Beweise zeigen was anderes. Hier sehen Sie, wie Ratsherren Eschiel im Hauptquartier von C-Sicherheit von Commander Shepard erschossen wird. Dafür werden Sie bezahlt. Brauchen Sie noch mehr? Shepard. Im Fahrstuhlschacht hinter uns sind Cerberus-Soldaten, die sie alle erschießen, sobald sie die Tür öffnen. Was Shepard sagt, ist unwahrscheinlich, aber möglich. Für Debatten ist keine Zeit mehr. Ich deaktiviere das Schloss. Scheiße, Pakt-Situation, Herr. Shepard. Das ist kein gutes Ende. Nein, das ist kein gutes Ende. Das Gewähr ist. Und Sie, die Waffe weg. Freundschaften zu Sack nehmen. Sie wissen, dass ich recht habe. Sehen Sie es ein. Kaidan, Sie tun doch immer, woran Sie glauben. Das zeichnet Sie aus. Tun Sie es jetzt auch. Udina, weg davon, der Konsole. Zum Teufel damit. Arschloch. Eine Waffe. Den Rad zurückholen und die Tür sichern. Die Tür! Oh, was ist das? Schneller ging's nicht, Shepard. Anscheinend haben Sie bereits alles im Griff. Es stimmt also. Wir waren in Gefahr. Aber ich verstehe nicht. Sie sagten, Cerberus sei hier. Cerberus war hier. Aber Sie sind in die Keeper-Tunnel geflohen, als Sie gemerkt haben, dass wir kommen. Tut mir leid, Ratsherren. Ganz offen, Shepard hat Sie gerade alle gerettet. Dann schulde ich Ihnen etwas, Shepard. Für unser Leben und für das Abkommen mit den Primarchen und den Proganern, das ich nie hinbekommen habe. Nee. Sie schulden mir gar nichts. In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten. Shepard, haben Sie eine Ahnung, was Cerberus damit bezweckt hat? Ganz ehrlich? Nein. Aber ich finde es raus. So, die wichtigsten Personen sind evakuiert und jetzt müssen wir einen Tunnel und eine Million andere Orte sichern. Bewegung! Oh, ich bin hier allein. Das war knapp, aber ich schließe auf den Griff rein. Jetzt mach ich nicht. Ja. Es verlief nicht nach Plan. Der Lord kontrolliert die Citadel noch und Udina ist tot. Udina war entbehrlich. Und was jetzt? Es laufen schon andere Pläne. Ich informiere Sie bei Ihrer Rückkehr. Es überrascht mich, dass Shepard die Oberhand behalten hat. Kommt nicht wieder vor. Hm. Mal sehen. Hm. Xar-Steuer, blöde Hund. Das ist so. Wir haben jeden Zentimeter dieser Tunnel durchsucht, Shepard. Ihr Cerberus-Kumpel ist nur Schall und Rauch. Er kämpft gerne. Wir sehen ihn wieder. Verzeihung, aber ermunternd tut mich das nicht. Wir können ihn nicht mal identifizieren. Er hat eine VI ins Citadel-System eingespeist, die alle Aufnahmen von ihm löscht. Dieselbe VI hat Udina vermutlich manipulierte Aufnahmen von ihnen verschafft. Der Typ ist ein Profi. Aber er ist sterblich. Er wird einen Fehler machen. Wer ist gern dabei? Wir haben heute viele gute Männer verloren. Ich muss mich um die Verwundeten kümmern. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Das wird sie machen. Ja? Ja, machen sie bestimmt. Das wird sie bestimmt, Ruben. Dafür würde ich sorgen. Aha. Jetzt mal ein Stück zurück. Andere Sachen zu erleben, als nur hier rum zu latschen. Ankunft in Anderbucht, die wir fangen. Ich habe die Anweisungen für Sie erhalten. Und will Sie von mir... Mein Freund von mir war sicher als Krankpersonen. Sie haben auch gar nicht die Sicherheit für die Anweisungen. Ja. Zurück. Oh. Kaldan hat mich schon gefragt, wo Sie sind. Was gibt's? Ich versuche zu begreifen, was gerade passiert ist. Sie klingen wütend. Jemanden, der schon meinen Rücken gedeckt hat. Das war neu für mich. Wie das alles ablief, ist für mich... Ich weiß nicht. Okay. Raus damit. Klingen wir es. Hätte ich nicht als erster die Waffen gestreckt. Hätten sie abgedrückt. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich war sicher, dass Sie zur Vernunft kommen würden. Nur das zählt. Der Putsch wurde vereitelt und Cerberus von der Citadel vertrieben. Aber manchmal ist auch wichtig, wie etwas passiert, Shepard. Später. Wenn man dann damit leben muss. Dass man rechtschaffen gehandelt hat. Das zählt. Sie reden gerade von Udina. Er ließ mir keine Wahl. Ich musste schießen. Jeder Soldat hätte so gehandelt. Das gilt auch für Sie. Okay. Ich bin noch aus einem anderen Grund hier. Hackett hat mir einen Posten angeboten, aber... Ich würde sofort ablehnen, wenn ich wieder auf die Normen hin kommen dürfte. Cool. Ohne Sie ist der Kampf gegen die Reaper undenkbar. Danke, Commander. Und Shepard, ich werde nie wieder an Ihnen zweifeln. Das ist gut. Sie können auf mich zählen. Gut zu wissen. Willkommen an Board Major. Ja, das ist gut zu wissen. Shepard Anderson ist auch in der Leitung. Ich habe ihn gerade informiert. Udina? Er war schon immer machthungrig. Aber das... Cerberus hat ihn nur benutzt, um die Kontrolle über die Citadel zu übernehmen. Verdammt, wozu denn? Das weiß ich noch nicht. Es hätte schlimmer sein können. Letztlich haben wir nur Ratsherr in der Schiedel verloren. Kylie Lang. Was? Ihr Atentäter. Hackett schickt Ihnen meine Berichte über ihn. Kurzfassung. Vorsicht. Sie beide kennen sich wohl. Janis Sanders und ich sind ihm ein paar Mal begegnet. Ich habe ihn in beide Beine geschossen und dachte, das war's. Aber er ist auf Omega noch stärker wieder aufgetaunt. Eine Aktion des Unbekannten? Vermutlich. Wenn man bedenkt, was er mit Ihnen und Grayson gemacht hat. Len ist jetzt bestimmt noch gefährlicher. Ich nutze gegen diese Mistkerle jeden Vorteil. Ihre Aktion hatte zumindest einen unerwarteten Nebeneffekt. Die Asari-Ratsherin hat mich kontaktiert. Sie wollen aktuelle Informationen über den Tegel. Glenn hat Sie verängstigt. Schicken Sie Hilfe? Ja. Sowohl Asari als auch Salarianer unterstützen uns jetzt. Wie sind die Fortschritte beim Tegel? Gut. Wir schätzen, dass etwa 50% der bekannten Arbeit daran getan ist. So schnell? Die Pläne sind so angelegt, dass unsere Wissenschaftler nach der Entschlüsselung die Information problemlos übersetzen können. Es ist nicht proteaner-spezifisch. Hm. Wissen wir schon mehr darüber, wie man ihn einsetzt? Das ist noch unklar. Unsere Wissenschaftler sind sich aber einig, dass der korrekte Einsatz genügend Energie zur Vernichtung der Reaper erzeugt. Die Frage ist, wie und in welcher Form die Energie freigesetzt wird. Also, wie wir verhindern, dass wir alle mit raufkriegen? Genau. Das ist ja scheiße. Wir glauben, dass der Katalysator der Schlüssel zur Ausrichtung der Energie ist, sodass ihn nur die Reaper trifft. Ich arbeite daran. Sie finden die Antwort, Shepard. Ich schicke Ihnen die aktuellen Pläne. Und wir bauen inzwischen weiter. Und wir kämpfen weiter, damit es danach überhaupt noch eine Erde gibt. Und wir kämpfen weiter, damit es danach überhaupt noch eine Erde gibt. Vertrauen Sie mir. Ich lasse Sie nicht im Stich. Wir sind noch da. Die Kriegsgötter haben uns noch nicht aufgegeben. Viel Glück Ihnen beiden. Ende ist ein Ende. Commander, die Trojanische Flotte ist ausgedünnt. Wir brauchen mehr Schiffe. Und die Quarianer sind gesprächsbereit. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Aber Vorsicht. Die Lage entlang der Gert-Grenze ist instabil. Hackett Ende. Oh ja. Ich lasse sie nicht. Nehm. Shepard, haben Sie mal kurz Zeit? Ein Kontakt im Asari-Oberkommando wollte, dass ich ein Notsignal an Sie weiterleite. Kommen die damit nicht klar? Sie haben schon mehrere Elite-Trupps hingeschickt. Aber keine davon ist zurückgekommen. Sie haben zwar nicht gefragt, aber das Oberkommando hofft wohl auf Ihre Hilfe. Was halten Sie davon? Sie würden nichts sagen, wenn es nicht wichtig wäre. Die Koordinaten der Kolonie sind auf der Galaxiekarte. Ich bemühe mich um Details. Schön. Gut, okay. Dann werden wir es ja irgendwann mal da... Ja. Können wir doch was anders machen? Zum Monarchumach. Ich habe doch was gesehen. Ich muss doch was kurz machen da. Ja. Na, wo muss ich heute? Da muss ich schon wieder sein, ja. Kommander, ich habe da eine Spur, die interessant sein könnte. Ja, später. Sie mal eine Minute Zeit. Gleich. Komm gleich wieder. Was für ein Tag, Shepard. Udina dreht durch. Fast fällt die Citadel. Sie mussten fast einen Freund erschießen. Die Lage war angespannt. Hätten Sie im Notfall wirklich den Abzug drücken können? Wohl nicht. Sobald wir unsere Freunde töten, wird das den Krieg Mord. Aber der Krieg gönnt uns nicht im einen Ausweg, oder? Wenigstens ist Kaidan jetzt nicht bei Ash. Hoffentlich passt sie auf uns auf. Es war auch ihr Kampf. Ja, das war's wohl. Das war's wohl. Mach mal so mal den Da, der steht auch mal da rum. Von hier wirkt alles so ruhig. Dabei gehen da draußen Millionen von Leuten durch die Hölle. So oder so. Ich möchte an ihrer Seite kämpfen. Aber auch hier sein. Verstehen Sie? Sicher. Denken Sie an jemanden Speziellen? Ich hab von meiner Mom gehört, Shepard. Mein Dad wird vermisst. Vermutlich. Erzählen Sie, was passiert ist. Sie sind doch aus Vancouver rausgekommen. Er ließ Mom in der Plantage und meldete sich beim Militär. Mehr wissen wir nicht. Sie ist jetzt ganz allein, dieser Scheiße. Mein Beileid. Gut, dass Sie's mir gesagt haben. In Kameradschaft und Mitgefühl liegt Stärke. Ja. Sie haben recht. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, Shepard. Immer alles zusammenzuhalten. Ich denke ständig an die Erde. Sie verfolgt mich. Das kenn ich. Wirklich. Und meine Schüler. Wo immer Sie jetzt sind, Sie kämpfen tapfer. Auf der Erde oder sonst wo. Wenn dieser Krieg vorbei ist, wird es eine gigantische Wiedersehensfeier geben. Ja, verdammt. Auf der Straße, tanzen, umarmen, weinen. Meine Mutter wollte immer auf andere Planeten. Ich nehm Sie dann mit. Danke fürs Vorbeikommen. Schön, dass Sie zurück sind. Hm. Ja. Also ich meine, ich kann nicht alle immer wieder alle, ähm, es gibt so viele, äh, Unter-Levels und so weiter, was wiederum was auslöst. Das kann ich nicht immer wieder reinbringen. Das habe ich jetzt mal in diesem Riesespot gebracht, ja. In diesem Riese, ähm, in der Aufnahme. Ähm, und, ähm, also das, ähm, das geht ja bis Level 60, ja. Ja, so ist das nicht. Also ich bin jetzt, ich glaube, jetzt bin ich bei 27 irgendwo angelangt. Und ich habe da immer noch einiges vor. Und, ähm, dann werde ich mal weitermachen hier. Ja, und dann sieht man sich dann wieder, wenn es mal wieder zum nächsten Gefecht geht. Bis bald, ja. Macht's gut, tschüss.